Musik 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 Na ja komm wir landen und sagen wir sollen abziehen Aber jetzt haben wir ne scheiß Position Die sollen landen und ausschwärmen Weil seinen Kollegen sagen dass sie sie abziehen sollen Das ist gut Das will er von uns Ja Wenn der irgendwas ankündigt hat er eine Kurve in der Fresse Mir versteckt sich der Scheiße Die Koma da beim Haus ist seiner gelaufen Er ist reingegangen zu uns Soll ich weiter weg gehen oder Keine Ahnung Wenn der Lappen dort steckt Einer sitzt hier in der Kirche drinnen Hervorragend das ist der Typ der streamt Ach der Streamer ja Ja wie geil Hör mir die Fragen was die wollen Ich lege ihnen Fragen hier Weil der sitzt direkt in der Kirche drinnen Dieser XS Typ Ich geh mal rein Bei der Kirche? Ja Ist er drin? Ja der sitzt in der Kirche drinnen Hey sag mal was schießt du? Bist du verrückt? Wer schießt? Bist du? Bitte? Was hast du gesagt? Warum schießt? Warum schießt du denn? Spinnst du? Warte hier Es will doch keiner was von dir Was ballerst du los? Ich glaub du hast sie nicht mehr alle Am K-Kreis ganz ganz weit rum über uns Wow So warte mal Sind wir leise Entweder ist das ein Taro oder ein Cayman Ich schulter jetzt die Waffe Huron Ich hab die Waffe geschultert mach dich locker Ja Warum schießt du auf mich? Na ja wenn ich gerade abgeben wollte Und dir kommt hier mit dem Heli Ja ist doch kein Grund direkt los zu ballern Haben wir irgendwas aggressives zu dir gesagt? Haben wir dich bedroht? Nein aber ich kenn das halt einfach anders Ich werd die ganzen zweiten Seite drüber Ja trotzdem einfach los ballern ist nicht Wie gesagt solltest du wissen Es gibt nur Probleme Ja keine Ahnung Aber da ist ja Wie kommt da ein Hebi Ich weiß nicht Wie soll ich sagen Zunut schreibt ihn ja den Hebi-Typen mal Ja wie gesagt Ich sag mal selbst wenn Wie gesagt ich sag's dir nur so als indirekten Tipp Wie gesagt hier einfach Wenn du einen siehst aus Angst losschießen Gibt nur Stress Ja also wie gesagt das ist Im Grundgesetz hier verboten Ja sind wir Ja direkt Sind Deswegen ganz friedlich Ganz friedlich Wie gesagt von euch wollen wir nichts Da kommen gleich ein paar andere Ja Da gucken wir mal was bei denen geht Na ja lass den klar Der hat bestimmt War wirklich mein Fehler War wirklich mein Fehler War wirklich mein Fehler Ich hab unser Helis grad hochgegangen Ne 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 der steht da hinten Unser steht weiter vorne Ich glaub die sind gedesinkt mit ihren Fahrzeugen Und das fährt rum Und das fährt rum Ja Leute hört ihr Na ja Fahrzeuge sind alle da Fahrzeuge sind alle da Fahrzeuge sind alle da Zwei Leute sind noch am Jetzt steigen sie ein Wir sind noch Überfall Überfall Stehen bleiben Was Wir sind noch Überfall Stehen bleiben Digga Stehen bleiben Oh was ist denn jetzt los Blö was Ich bin tot Herr Borussia AFF AFF hat mich umgebracht Hä Der liegt direkt neben mir Ich werd auch schon beschossen Ja Na der No Name hat bestimmt Überfall angekündigt noch Ich hab hier keine Deckung man Lauf jetzt einfach irgendwo hin schnell Ich würd die gern abknallen aber Nein lass uns Ne ne lass sie Wir sollen uns wieder alle abknallen lassen ne Ja Ich such mir grad ne Decke und ein Haus oder so Alles klar warum schießen die Sind die behindert Na jetzt bin tot Swally ist tot Ich weiß nicht warum deine Kollegen schießen aber Wie gesagt das Ist Ist Nicht so gut Überfall stehen bleiben Ja Ich Hey Kollege Hendo Hendo So Der eine hat auf mich gecallt den hab ich abgeknallt Ok also jetzt ist offen oder was Ja es ist offen Was ist das denn super Aber die ersten Schüsse waren halt ADM Ja Zählt das jetzt trotzdem oder was auch wenn es schon Ja klar also wie gesagt Ja also wie gesagt Danach haben sie gecallt Genau auf mich haben sie gecallt Dann hab ich den abgeknallt der gecallt hat und der der gerufen hat Hände hoch Wer war das jetzt wettgecallt? Ok Dann hab ich den Dan The Prince Hast du erschossen Schätzung Werde? Du hast Dan The Prince erschossen Ja der hat Überfall gerufen Für AFF Nein, nein, AFF hat gesagt, Hände hoch. Ja, du hast aber noch ein anderer Schuss. Ja, ich weiß. Beide haben gecallt. Ist jetzt gut. Ruhe. Die Zerwärts schon richtig gemacht haben. Roll Steps. Seid ihr? Ich muss nur gucken, von wo auf mich geschossen wird. Schenken, siehst du noch einen? Nein, ich bin gerade im Haus und guck mein Haus erstmal durch. Ich guck jetzt den Steg vorne ab. Das wird ich sehen. Oh Mann, ey, die haben mich angehüttet. Das ist nur gucken, dass die uns nicht umlaufen. Ja. Oh, er wird geschossen. Da kommt was angefahren. Auf mich wird geschossen. Oh, wo? Ich habe keine Ahnung. Wow, 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 bei mir ist was eingeschlagen. Ich bin zur Zeit, aber ich hoffe nicht. Wir sind jetzt zu schlecht, oder? Ich bin safe. Schießt du? Ne. Wer schießt? Keine Ahnung. Ich nicht. Ne. Wer ist das RB, okay? Ich bin auf RB, okay. Was? AFF schießt auf LB XSC ist bei mir XSC hat nicht angekündigt Gut, weil hier vor mir einer rumläuft Ja, aber der hat ja irgendwas gelabert Das ist das Überfall von XFC und was weiß ich Na, der ist nämlich bei mir im Hintergarten Alter, von wo? Wieder auf dich, oder was? Ja Bisschen Bammel, aber richtig Ja Ich auch Ich vermute aus Moment, jetzt sag ich dir jetzt mal eine Gradzahl So zwischen 140 und 160 Grad Dass der da, wo der Tempest von LB jetzt leer steht Dass er von da ausschießt Weil er hat ja auch RB in Kinklitzel getötet Ja, bloß nicht geil drauf ist aus Ja, ich bin hit Du bist getroffen? Ja, ich leg mich mal hin Wenn er mich jetzt nicht tötet, dann ist er woanders Ja Ja Dann werde ich halt wieder hin und Spaß ziehen Ja Ja Bist du tot? Leg dich doch hin Steh, ja, steh halt auf Aber ich hasse dich, Alter Du missgeboten spielst Ja Ich hab keine Ahnung, ich hab keinen Plan von woher Siehst du nicht mal, wo es einschlägt? Ja Ja Vielen Dank.